Als Christ muss ich halt einfach sagen, wenn ein Pfarrer in einem Dorf so Stellung verzieht, muss er natürlich nicht der Kritik an seiner Person, muss er schon leben, weil er nimmt ja auch in Kauf das Risse für Freundesbleibung vorhin gewährt, bis ich in die Familie gehe. Und ich weiß nicht, ob das Aufgabe eines Pfarrers ist.